Zur Bühne darf ich bitten, die Standnummer 147, 150, 151, 155 und die 158. Eine Vierteldrehung nach rechts. Eine Vierteldrehung zur Rückenansicht. Eine Vierteldrehung nach rechts. Und eine Vierteldrehung zur Frontansicht. Prost machen, Kabel. Dankeschön. Wir kommen zum zweiten individuellen Vergleich, den sich die Kampfrichter wünschen. Und das wäre einmal die Standnummer 146, 154, 157 und die 194. Eine Vierteldrehung nach rechts. Eine Vierteldrehung zur Rückenansicht. Eine Vierteldrehung nach rechts. Und zur Frontansicht. Eine Vierteldrehung nach rechts. Und zur Frontansicht. Eine Vierteldrehung nach rechts. Und zur Frontansicht. Und zur Frontansicht. Und zur Frontansicht. 155! Ja, bleibt gut. Dankeschön. Bitte die restlichen Regeln nach vorne kommen. Eine Linie bilden. Und schon wieder.